Hier das nächste Gruppenvideo. Ich mache immer gerne Gruppenvideos, weil Einzelvideos doch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Hier vorne ist die Minnie. Alle am Buffet. Minnie und die Olga. Der hübsche Rosinchen. Mama muss erstmal rein. Der Olga. Ja. Rosinchen. Die Minimaus. Krallchen. Hier haben wir die hübsche Frieda. Hallo Frieda. Hallo. Da ist Paffi. Kruppelchen. Und hier habe ich die Dame, die unten im Steinschlaggehege war mit ihren letzten Küken. Sie hatte zehn oder zwölf Küken. Zehn, glaube ich. Genau. Das sind die letzten vier. Die Dame hat aber keinen Namen. Die gehört meinem Nachbarn. Ich ziehe nur die Küken groß. Ja. Die anderen, das sind meine. Die Frieda-Maus. Ja. Frieda lässt sich gerne mal streicheln. Die anderen sind durch ihre Mutterhaftigkeit in den letzten Tagen etwas abgewichen. Bei dir muss ich... Ja. Die Minnie hat Flöhe. Da werde ich heute Abend mal mit Kuh-Tipp und Kokosöl rangehen. Die Olga. Ja. Ja, die haben ihre Küken alle verloren. Die kleinen Brahma-Küken. Leider. Manchmal ist das so. Die Paffi. Und du? Deine Augen sehen noch okay aus. Deine Füße sehen auch okay aus. Wer hat denn hier komische Füße? Wem darf ich die Füße einölen? Da gucke ich heute Abend mal. Gut, das ist die Gruppe. Jetzt lasse ich die in Ruhe fressen, weil jetzt gehe ich runter. Bis bald.